Ich probier mal das, was? Wart mal. Ach ne, nicht das. Mit so einem komischen Zauberstab. Ja! Alter, Pinguinebraten geht damit super. Oh! Ähm, Tobi? Das ist das Schiffle. Alter! Oh, man darf sich von dem Ding nicht hitten lassen. Krass. Nein! Oh! Oh! Alter, wir brauchen auf jeden Falle! Ähm, wir brauchen... Okay, ich kann mich nicht zu dir beamen. Ne, ich bin grad tot. Ei, okay. Deshalb geht's nicht. Ei! Okay, alles klar. Also wir brauchen eine bessere Rüstung, wie es aussieht. Was cool ist aber, wir können eigentlich eine machen. Glaube ich. Wir brauchen aber noch bessere Waffen. Was? Unsere Waffe war doch super eigentlich. Oder? Hat die dem Schaden abgezogen? Ich glaube nicht. So. Äh, hä? Hä? Ich hab doch grad gesagt... Ich hab zu Doofkop gemacht, oder? Ich hab nicht Heimat gemacht, ich hab Doofkop gemacht. Ich hab mich grad zu dir geblieben, aus irgendeinem Grund. Macht mega Sinn. Sollte das erste Rüstung leveln und sollte die Tarn oder Hörsaal. Ah, ist da, kriegen wir alles hin. Und hier ist das Essen wieder. Alles reif! Alle drei. Hm, ich glaub die Max kann man nicht nehmen. Ne, die Max kann man leider nicht nehmen. Das wär, ich glaub das wär auch zu einfach. So, Perlerbsen. Vier Reis. Ein Reissamen. Tue ich mal hier zum anderen Reis. So, dann haben wir hier noch das Ding. Äh, haben wir noch Perlerbsen irgendwo? Mais-Samen. Avis-Mingo-Samen. Ich weiß sowieso hier. So. Hä, Tobi, was machst du denn? Bist du ruhig? Ne, ich brauch was getrunken. Achso, ja klar, klar. Getrunken und den Chat ein bisschen im Auge behalten. Oh, was macht der denn wieder? Nichts, nichts. Unterhalten sich gerade drüber, wie man wach werden kann wieder. Verstehe ich, ist das hier einschläfernd oder? Ne, glaub ich nicht. Also ich hab Spaß! Mais-Zwei. Nochmal Mais, achso. Kartoffelsamen. Dann hast du die anderen Kartoffeln. Ich muss nochmal das ganze Feld aufräumen. So, Baumwolle müssen wir mal machen. Tomatensamen nochmal. Ach, da unten. So, Tomatensamen. Und dann Baumwollsamen. Hab ich leider nur einmal gefunden. So, aber wenn man... Man hat ja diese, diese, äh... Diese Blueprints, ne, die man verwenden kann. Ja. Die kannst du auf dich, also wie Essen, einfach auf dich selbst klicken. Dann hast du die, äh... Ja, ja. Und wo kann ich die Sachen dann bauen? Ja, je nachdem, was du gelernt hast. Es gibt ja für alles, was du baust, gibt's ja so extra Tische, aber da gibt's ja kein Universalrezept. Das ist ja kein Universalrezept. Leider. Okay, okay, okay. So. Tobi nimmt wieder Maishülsen als Waffe. So, zack. Ich mach mal wieder ein bisschen kochen hier. So. Oh. Hier kochte Tomaten, elf Stück. Lecker. So. La, 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 la. Ich hab eigentlich echt Hunger. Ich hab heute bis jetzt wieder nur zwei Toast gegessen und gestern hab ich auch kaum was gegessen. Irgendwie, also das, regelmäßige Streams sind für meine Diät recht förderlich, muss ich zugeben. Hey, 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 hey. Was, 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 was. Da, da, da. Ich hab da was auf der Schulter. Biti, dankeschön. Ähm, warte. Was kann ich denn wegwerfen? Hey Tobi, 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 komm mal her, komm mal her. Was, 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 was. Ja, guck mal. Oh, geil, geil, geil. Oh, ja. Was war das? Sieht scheiße aus. Gut, jetzt bin ich los. Ja, nice. Was hast du mir da grad gegeben? Vielleicht hast du's ja noch nicht. Ich wusste leider schon, wie man die Dinger benutzt. Also, wie man das baut. Äh, wo ist denn das? Was ist das? Schockhandschuhe? Oh, cool. Gelernt, wie man Schockhandschuhe herstellt. Nee, konnte ich noch nicht. Cool. Nice. Ähm. So. Oh mein Gott, wie nice. Boah, wir müssen so dringend die ganze Scheiße sortieren. Ah, hast du ein Chakram? Ja. Was hat denn ein Chakram für Werte? Und ein, ein Bumerang. Achso, der Chakram hat ja gar keine Werte, ne? Nee. Okay. Okay, ja, so, äh... Oh, du Sorgsakram! Ja! 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 Ich brauch, ich brauch dringend noch nen Bumerang. Komm, warte. Mh... Jetzt bin ich traurig. Was ist das hier eigentlich? Inset Panel, hab ich vorhin auf dem Raumschiff geklaut irgendwo. Achso, ich pack mal die Sachen wieder in die Kiste. So, warte. Bei Chakrams muss ich immer an Xena denken, ich weiß nicht warum. Oh Gott, es ist Xena, ey. Ja, es ist schon ein bisschen her. Fürchterlich. RTL immer sonntags. Oh Gott. Ich weiß echt nicht mehr wann und wo. Das weiß ich gar nicht mehr. Teleporterkern, eine selten hochentwickelte Komponente. Oh Boss Baby, vielen Dank! Eines persönlichen Teleporters. Ich hab zwei Teleporterkerne im Inventar. Ich weiß aber nicht, wo wir so gut sind. Ach, ich hab auch so nen Ding, ja. Auf jeden. Keine Ahnung, was man mit denen macht. Und hier noch fünf Phasen-Meta. Eine Substanz, die fast nicht greifbar zu sein. Scheint. Kann für das Fertigen verwendet werden, okay. It doesn't matter. Jo. Jut. Ich hab elf Upgrade-Module. Für das Schiff, achso. Ich hab auch acht. Wenn du die haben willst. Ja, ich weiß noch nicht genau, was man da upgradet. Ja, scheinbar sind hier nicht so wichtig, weil so viele wir davon haben. Glaub' auch. So. Kann es sein, dass mit jeder Stunde Stream die Zurechnungsfähigkeit der beiden kontinuierlich abnimmt? Ich glaube, mit jeder Stunde Stream wird dir einfach klarer, wie beschissen das ist, was du da gerade guckst. Das kann gut sein. Der Mensch wird vernünftiger. Ja, ja. Ja, ja. Und ihr wisst doch, nach zwei passiert nichts Gutes mehr. Oh, seit sechs Minuten ist alles scheiße. Mit dem Teleporter-Kern kannst du im Outpost private Teleporter kaufen. Ah, okay, cool. Oh, geil. Das ist ja cool. Ja, mega. Ähm, warte mal, wir wollten noch etwas machen. Ja, wollt ihr? Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken. Erstmal, den würde ich gerne upgraden. Titanbarren, Silberbarren und Kohle. Okay, Titanbarren, Silberbarren und Kohle. Warte mal. Silberbarren. Ich nehme alle mit, ganz kurz. So. Ähm. Und dann habe ich mal ganz kurz unseren... Ding ist hier, guck mal. Fettes Upgrade. Oh, cool. Oh, Soldatenhose. Nice. Aufständischen Hose. Oh, das sieht auch cool aus. Oh, Kwürmchen. Dankeschön. Na, wann erweitert ihr endlich euer Raumschiff? Ja, warte mal. Aufständischen Titanbarren und Leinen. Hier kann man die Schockhandschuhe machen. Leinen, warte mal. Leinen kann ich doch bestimmt hier machen, wenn ich's upgrade, oder? 25 Schnüre. Wir brauchen Baumwolle, Junge. Ja, echt Baumwolle. Fett Baumwolle. Die Dinger sind für Schiffs-Upgrades. Entweder mit Pixel oder Crew anheuern. Alter, wir können eine Crew anheuern, Tobi! Ja, müssen wir sogar. Aber dafür müssen wir Missionen machen. Wurde schon gesagt, leider. Ja, okay, ja, doof. Schade, dass wir das niemand sehen werden. So, Leinen. Dafür brauchen wir drei Watte. Ach, verdammt. Warte mal. Okay, das war klar. Wo, wo ist denn das Ding? Ah, hier. Warte mal. Bleib mal liegen. Du wirst gleich viel sicherer schlafen, Tobi. Du wirst gleich viel sicherer schlafen. So. Ich wache über dich. Oh nein, nein, nein! Sag mal. Ich töte mich. Wett. Ich bin tot. Ach so, ciao. Hä, was ist das denn hier? Was denn? Hast du hier hinten ernsthaft Bücherregal hingestellt? Was? Warum? Was? Weiß ich nicht. Warum? Es erschien mir die richtige Wahl zu sein. Sag mal, Baumwolle hast du nicht zufällig noch, ne? Nee, leider nicht. Ich habe vorhin schon alles abgesucht gehabt. Äh, wir brauchen ganz viel Watte und dafür brauchen wir Baumwolle. Ja, hier doch. Drei Stück habe ich noch, aber das ist ja... Baumwollfasern drei. Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen irgendein Planet, wo wir Baumwolle farmen können. Und jetzt Tierkämpfe los, kämpft! Kämpft! Arschstrahlattacke! Äh, Pflanzenfasern am Perlen. Äh, Pflanzenfasern am Perlen. Pflanzen... Baumwollfasern finden wir aber nicht, ne? Wo kriegen wir Baumwolle her, verdammt? Oh. Baumwolle anpflanzen. Ja, ja, aber wir haben leider noch zu wenige Dingensen. Wir haben leider bis jetzt nur eine einzige Baumwolle gefunden. Wie der immer durchs Bild fliegt, ist so scheiße einfach. Die Totoffen sind Gundam auf Crack einfach. Das sieht so scheiße. Das sieht einfach so scheiße aus. Und ab dieser bescheuerten Mütze einfach. Baumwolle! Baumwolle Samen habt ihr, oder? Nee, ich hab die schon eingepflanzt. Ich hab leider nur die einen. Ich hab die nur drei Stück. Ach nee, warte mal, das waren keine Samen, glaub ich. Nee. Ja, wir brauchten echt Baumwolle sagen. Da können wir echt viel machen. Vielleicht sollten wir uns das nächste Mal einfach einen Planeten mit Baumwolle suchen. Und dann mit dem Mac. Da wär ich dabei. Ja. Geil. Taks. Warte mal. So, ist nass jetzt. Taks. Wie schnell Sonnenstrahl. Wachs! Wachs! Los, wachs! Oh, warte mal. Da fällt mir was ein. Ja! Oh, hier ist ja ganz viel Mais wieder. Kennste Tobi, ne? Nein. Möchte nicht schon mal reden. So. Nightmare Raven! Vielen Dank Nightmare Raven! Ja, momentan noch nichts erwähnenswertes Neues. Das wird noch ein bisschen dauern, glaub ich. Das muss noch ein bisschen fruchtbar werden. Ähm. Wollt ihr nicht eure Altstation machen? Das machen wir nächstes Mal, wenn wir wieder alles vergessen haben. Dies machen wir auch nicht alles vergessen. Alles gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man muss nur wieder ein bisschen reinkommen. Was wollte ich gerade machen? Verdammt, jetzt hab ich wieder vergessen. Du wolltest irgendwas cooles holen. Erik. Was cooles holen? Ja. Net Eichlofe. Äh. Äh. Wachbleibe. Ja. Äh. Äh. Ich pack das erstmal weg. Ähm. Ich pack erstmal ganz kurz die Goldbarren weg. Nicht, dass ich das nächste Mal im Inventar habe und sterbe irgendwo, dann sind die weg oder so. Der ganze Barre. Wir hatten früher alles auf dem Schiff, so einen coolen Kisten, weißt du noch? Das war auch ganz cool. Ja. Und hatten nebenbei ein Zuhause. Nicht hauptsächlich. So, Baumwollfasern. Ja, drei Stücke. Ich dachte, wir reichen für nichts. Und die Raketen eigentlich bei dir an? Nö. Nein. Ähm. Ähm. Ne, Raumstation wollen wir nächstes Mal machen. Die Raumstation wollen wir nächstes Mal machen. Ähm. Willst du den Bären nicht wieder einfangen? Die Frage ist, bleibt der Bär jetzt da? Eigentlich schon, ne? Deswegen habe ich gedacht, wir sammeln Tiere und können dann unseren eigenen privaten Streichelzum machen. Wir machen mehrere Gatter und sammeln dann Tiere auf fremden Planeten. Ja, doch, doch, der bleibt da, glaube ich. Ich lasse aber den Fuchs erstmal noch drinnen. Ähm. Ähm. Lass es stehen. Lass es stehen. Aber stell doch neben den Baumwollern, hat die nachts nicht. Dann wächst die schneller. Na gut. Komm. Mach das eben. Guck genau hin, guck genau hin, dass ich nix falsch mache. Wo ist der denn? Meine Taschen sind echt tief. Ich finde den gerade noch nicht. Warte. Jetzt hab ich ihn. Warte. Das ist der für die Schöne und das Biest, ne? Ja, kann sein. Warte. 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 Habe ich noch? Äh. Ah ja, geil. Ich muss mal den Flügel abnehmen, sonst sieht man nix mehr. Gut. Warten wir jetzt also, ne? Tja. Streaming, ne? Ihr könnt für 20.000 Pixel und zwei Upgrade-Module den Raum des Schiffs verdoppeln. Jaaaa. Gut. Aber dazu brauchen wir erstmal, oder? 20.000 Pixel? Wo kriegen wir 20.000 Pixel her? Hm. Das wird schwierig, ne? Ja. Was? Äh, titanus 07. Ich erhöhe darum, dass sie auch die restlichen Quests vergessen haben werden und gleich wieder in die Rohstoffe abtauchen. Tobi, wir dürfen das nächste Mal nicht in die Rohstoffe abtauchen, damit die alle verlieren. Alles klar. Nächstes Mal Rohstoffe abtauchen. Ist doch richtig. Okay, gut. So machen wir's. So machen wir's. So, wenn man weniger stirbt, hat man mehr Pixel. Seh ich nicht. Haaaa. Mööööööö? Ha. Jaa. So auf jeden Fall sind wir der spannendste Twich-Streamer momentan, oder? Ja. Auf jeden Fall. So. Pixel drucken stimmt. Pixel drucken ging ja auch noch nicht mit so'n Pixeldrucker. Wir sollten dann wirklich mal gucken, dass wir... Das Problem ist, wir müssen echt die Items komplett sortieren. Wir haben so viel Scheiße einfach. Ach, den Bären habe ich jetzt hier. Tier-Status, der hat wirklich Attack und Defense. Ein Bär mit Attack 0? Hä? Im Inventar, äh, im Inventar hast du neben den Tags rechts davon, hast du einen Tier-Status. Ah, jo, hier. Aber die Frage ist, wie sagt man, eine Attack 0? Das verstehe ich auch nicht. Das ist ein fucking Bär. Das ist der lameste Bär, den ich jemals gesehen habe. Töte ihn nicht. Bitte nicht sortieren, das zieht dir wieder drei Jahre. Das werde ich wahrscheinlich off-screen machen dann. Das heißt aber, ich muss irgendwo... Ich muss irgendwo einen Planeten finden, wo wir was Neues bauen können, wo ich dann ein Inventar oder Lagerräume mache oder so. Oder ich muss irgendwann einen komplett langweiligen Stream machen, wo ich wirklich nur Items sortiere. Und dann von einem Planeten zum anderen und bla. Nur Monster haben Attack. Ah, alles klar. Okay, deswegen. Da kann der Bär sich aber nicht verteidigen, oder wie? Nee, gar nicht. Der läuft jetzt nur rum. Okay. Wir hätten vielleicht doch Monstre mitnehmen sollen, wenn ich diese komischen... Aber ich mag den Bären. Der ist süß. Ja, ich schenk dir mal einen Freund. Super. Kann man die eigentlich benennen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das ist doch lame, Alter. Diese lame Kacke. Also super, wenn die alle Pet heißen, oder? Die 20.000 gehen recht leicht. Kannst mit 2.000 Poison, wo krieg ich die her? Und 2.000 Kohle am Spinnenrad 400 Synthetikfasern craften. Mit dem Sale-Store vom Outpost-Markt bekommt ihr 30%. Also 60 Pixel pro Synthetikfaser. Tobi, das nächste stört 20 Rohstoffe. Klang total einfach. 20.000. Total easy. So, baut Apex Storage locker, nehmen wenig Platz weg und geben viel. Der Bär sieht aus wie der Bandscheiben-Vorfall. Ja, der Rücken hängt ein bisschen durch, ne? Ah, ah. Er knattert auch ein bisschen beim Laufen. Aber wo ist... Hä, wo ist die denn hin? Ach, hier. Okay, das ist aber... Das ist echt... Das ist ein Fehler. Dass man im Sitzen nicht mehr Flöte spielen kann. Oder generell spielen kann. Halte ich für einen Fehler. Okay, Tobi. Ähm... Warte, du musst das Lied erraten. Okay. Das hat mal... Oh ja, oh! Das kennst du bestimmt noch. Ich höre nichts. Du nicht! Was? Hörst du nichts? Ich höre nichts. Nein! Nein! Weg! Okay, warte. Hörst du jetzt was? Nee. Warum nicht? Ich... Weiß nicht. Vielleicht die Musik ausharbe. Mach jetzt nochmal. Ja, warte. Kann ich... Kann ich aber doch irgendwie aufhören, so? Warte, nochmal, so? Ich hab meine Musik jetzt angemacht in-game, aber ich glaube, daran liegt es eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Wir haben ja vorhin auch gemacht. Warte, nochmal. Ich hab dich von ihr auch nicht gehört, ganz zu Anfang. Weißt du noch? Hab ich nichts von ihr gehört. Nee, ich höre dich nicht. Bandnamen ausstellen. Okay, mach ich mal. Warte. Nein, ich höre dich nicht. Oh mein, das ist so romantisch hier gerade, mit der Kerze und so. Wir spielten gern zusammen, jeden Tag zusammen, Starbound. Oh Gott, ach doch, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, Tobi, Alter, weißt du noch? Alter, es war so schön. Niemals zusammen. Er hat die Lieddaten nicht. Ja, das kann sein, dass dir das Lied fehlt. Ich muss den dann wieder rüber kopieren. Ach ja, ja. Warte mal, das hier, hörst du das hier? Warte mal. Das... Das hörst du? Das hör ich. Kommt jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Das passt zu den Bären. Ich hab Rücken. Warte mal. Ah, okay. Ach, hier sind auch direkt für verschiedene... Boah, Alter. Hä? Was ist das? Flü- wenn wir die Flügel wegmachen. Äh... Hier kommt nix raus, Tobi! Da kommt nix raus! Ich krieg da keine Note mehr raus! Tobi, da kommt keine Note mehr raus! Tobi! Bleib doch mal sitzen! Tobi, bleib doch mal sitzen! Tobi! Ich hab noch viele Noten! Ich hab noch viele Noten noch mal vorhanden! Tobi! Tobi! Tobi, komm her! Hä, hast du grad Karotten geklaut? NOO, hab ich nicht! Du hast fein Karotten, da fehlt ne Karotte, Tobi! Das hat ja nicht so gut funktioniert. Es sind... Oh, die beiden wohl auch schon flüchten da hinten. Wer denn? Achso, die... Ach, schade, dass du das alles nicht hörst, Mann! Das ist so doof! Und das... das hier? Das hör ich! Das ist Tom und Jerry! Das weiß ich, ja! Die Entertainer! Achso, das Abspielen von Liedern ist im Multiplayer manchmal verrückt. Es geht also auch so. Nightmare Raven, Mann! Kann mir bei Facebook gar keine Nachrichten schicken! Sag mal, wie sieht das aus? Setz dich mal ganz kurz hin! Warte mal! Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist Tom und Jerry, das ist der große Gatsby! Nein, das ist der Entertainer! Das Lied heißt so! Die Entertainer! Ist schon super alt! So! Das Gesicht, Alter! Ich muss doch eigentlich mal näher ranzoomen! Warte mal! Kann ich... kann ich näher ranzoomen? Kann man das? Oh ja, ich hab ja noch drin, dass man richtig nah ranzoomen kann! Schön! Jo, geil! Habe sechsfach gemacht einfach! Alter! Der komische Bär da! Ja, der Bär ist voller Spanner einfach! Voller komische Bär! Alter! Was ist denn den Arsch von dem Bär? Warte! Der arme Bär! Der arme Bär! Erinnert mich voller den Charmin Bär! Stimmt! Das macht nicht aus wie der Charmin Bär! So, hört der mal wieder auf mit dem Spielen? Du musst, äh, switchen! So, halt! Ja! Genau! Ist aber irgendwie cool in der Auflösung! Was denn? Lass einfach immer so spielen! Ja, finde ich auch! Find ich gut, ne? Freilich so Planeten erkunden und so? Ist auch immer was Neues! So, ich hab mir mal Kartoffeln ein und Karotten! Oh, die ist noch nicht fertig! Hä, ist Tobi schon im Haus, oder? Wie man eine rote Zipfelmütze einfach sieht, ausm Klo! Ja! Ähm! Toll, danke! So, wollen wir langsam, ähm, ja wollen wir langsam, äh, Tobi? Alter, was machst du da? Roboter, hör auf! Der Fuchs, der ist nicht dafür da! Das macht man nicht! Hör auf jetzt! Ach! Ich hab Windows XP installiert! Seitdem ist leider da so ein bisschen... Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser! Tobi, nein! Tobi, nein! Doofkopp, komm her! Lass jetzt den Bären in Ruhe! Doofkopp, komm her! Doofkopp! Lass das! Okay, dem Bär hat's gefallen! Er geht voll zufrieden zurück ins Haus! Geil! Geil!